Musik Musik Sinn Wo ist denn die Bumma dran? Ich blind? Da Reinig mal nur den Augen, also wenn da jetzt Ach ja, schon erreicht, ok wo wir jetzt landen und jetzt jetzt geht es los nein ok das kämpfen ich habe was für dich ja vorher war eine volle Freizeit feure fliegen alle unsere Waffen sind schon weg ich kenne mal dass ein Feuerball trifft endlich kriegt da noch einen hinterher alter was sind für riesen Frostwellen hier na der kriegt mal volle Freizeit jetzt machen wir gar nicht lang rum einmal zweimal kriege ich gleich noch eins hinterher ach ich bin kaputt wen hat es erwischt irgendjemand der Schneemann oooohh wie nervig einmal geht noch mit ihr erwischt kaputt achja wieder eine Errungenschaft achja bravo weiter gehts? nein nicht Bungerang Orb als ob ich gerade nicht schon den Bungerang trainiere ja au au o w w w Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe das Gefühl, dass ich die Künstler-Künstler-Künstler-Künstler ausfügt. Ich habe das Gefühl, dass meine Energie der Künstler-Künstler ausfügt. Ich habe meine Energie zu verwendet, und ich habe meine Energie zu verwendet. Ich habe das auch ein Problem, dass ich nicht so schwer bin. Ich habe auch die Frage gebeten, dass ich die Künstler-Künstler ausfügt. jetzt haben wir den feuer samen heißt geht wieder zurück ich los haben also das feuer ist schon cool ich bin jetzt mein lieblingsgeist salamander ja doch noch mal zaubern vielleicht doch nicht vielleicht jetzt 2 java stupe 2 schon ganz schlecht weiter lasst die wolke in ruhe ja einfach die wolke in ruhe lassen passt das oder oder jetzt nochmal zum dorf zurück theoretisch nicht eigentlich können wir direkt zum kanonieren und uns feuern lassen dann da brauche ich eigentlich da um zu raffi gehen da brauche ich eigentlich da um zu raffi gehen das wird mir nicht locker schaffen da ach ich mach mal durch vor die mir sterben so du heilschkotz die wieder 500 krass hier 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 noch ein bisschen rum gemacht bevor es stirbt ist kein bock zu sterben so einfach ist das merkt euch das hier ich geh mir direkt zum feuer tempel hier zwei stück von denen nachdem wir beide auf einmal bekommen die halten ja gar nichts aus ok wir halten doch das aus ne sind sie doch tot ich bin verwirrt ne keine ahnung wer gerade ach ich habe erreicht ok ich habe erreicht das heißt also wir erreichen auch bald wieder wir hatten drei bosse auf diesem weg hier also im eis temple 2 oder eigentlich insgesamt 5 wenn man es genau nehmen will aber die Echsen waren ja nicht mehr so stark die haben uns nicht mal mehr getroffen mal ganz kurz ganz kurz nach den waffen schauen vielleicht da irgendwas verpasst habe ja du hast da ja herz ok dann dann man kann doch hier ruhig ein bisschen zaubern weder weil hier so ach Yui hat schon erreicht die erreicht auch gleich meine ich halt ja 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 das habe ich gemein will das feuer noch stärker werden ich will das feuer noch stärker werden hier ja sind wir noch gegner wenn ich in der wüste bin glaube ich nicht das feuer noch was bringt so auf nach kagara was was oh ja noch mal Tango das ist ja kein thema hier müssen wir eh weg wartet nein muss ich vielleicht noch mal zum Weihnachtsmann werde ich gleich merken ja das so mal 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 Das würde mich jetzt stressen. Dass die aber einen hier direkt hinfeuern. Ja, die Axt. Niemand hat Axt. Ich muss ganz Axt nehmen. So. Das dauert ein bisschen, bis ich den Kungaran trainiert habe. Wahrscheinlich. Oh Mann. Nicht meine erste Wahl von Waffe. Würde ich behaupten. Ich habe euch nicht mal gesehen. Ihr tut mich schon bewusstlos zu machen. Ich denke nicht. Ja, da ist ja schon der Kanon hier. Wird man gleich merken, wo wir hin müssen. Ich will noch jemanden zaubern. Hier. Nein. Feuerball. Nein. Ja, nochmal. Feuerball. Okay, jetzt trainieren wir mal den ein bisschen wieder. Ah, focky. Bam. An irgendetwas erinnere ich mich noch. Ich weiß bloß, wo man das jetzt schon machen muss. Ich teste einfach. Wir werden das gleich rausfinden. Ich weiß nicht. Wir werden das gleich raus. Wie geht's? Das sind 56. Ah, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020